Er hat nicht mehr viel Leben, Digi. Ja. Ja. Ich bin auf dem Weg geworden. 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 Nice, Digi. Ich bin auf dem Weg geworden. Ja. Rot-Akne. Rot-Akne. Man hat den Blut. Was ist das? Er hat keine Stelle zum Jumpen gefunden. Nein, ich hatte... Agni ist bei Hälfte Leben. Agni kommt zu dir, Digi. Ich habe keinen Mann an mehr. Da stimmt Agni. Da kommt ein Loki direkt in der Mitte, Digi. Da wo du hingehst, Gabi. Ja. 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 Oh mein Gott. Haha, Loki, Digi. Denkst du kannst mich ficken oder was? Alles gesauft? Ja. Haha, Loki. Ich habe dir so verarscht. Ist okay, ne? Weiß ich noch nicht. Nein, ich denke schon. Digi. Und zwei. Shit, Digi. Ja. Fick dich ab, Digi. Fick dich. Oh, die sind tot. Fick dich ab, Digi. Ah, okay. Naftalig. Nice. Lass uns das. Soll ich das. Klar. Lass. Lass uns das. Low Q ulti? Ja. Lass uns das. Low Q tot? Bodyblock, Digga. Ah, shit. Ich hab ihn nicht getroffen, Digga. Nice. Ist okay, du bist da. Gebeats wie ein Fock. Ja, easy. Ja. GG. Da, Digga, du hast mich mit Top Damage eingeholt, Digga. Easy. Nein, Mann. Ich war bis... Vor zwei Minuten... Vor zwei Minuten war ich noch Top Damage, Digga. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich hab nicht einmal geguckt, weil ich nicht daran gezweifelt hab, dass ich Top Damage bin. Ich hab Hardcore daran gezweifelt, dass du Top Damage bist. Das muss ich jetzt gucken. Easy. Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch von Herzen! Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch! Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere. Fickt euch! MEROID DIN Vielen Dank.